Guten Tag Internet und Hallo aus Konstanz, dem letzten Teil meiner Deutschland-Tour für den Club Konkret. Ich bin hier am Bodensee, da hinten ist die Schweiz und Österreich und hier hört Deutschland quasi auf. Und hier beschäftigen wir uns mit dem Thema Integration und ich möchte gerne wissen, wie das ist, wenn man eigentlich in Deutschland aufgewachsen ist, einen deutschen Pass hat, aber trotzdem immer noch als Zürcher angesehen wird. Und dafür treffe ich jetzt gleich Burak, der arbeitet im Finanzamt, da wo es am deutschesten ist. Und der nimmt mich mit zu seinem Fußballverein, dem türkischen Fußballverein in Konstanz. Und die sind gerade Kreisligameister geworden, da gibt es heute Abend ein Freundschaftsspiel. Und wir reden über Integration, doppelte Staatsbürgerschaft, Politik und den ganzen Kram. Das Team wartet hier und grüßt. Wink mal in die Kamera, sag Hallo Mutti. Hallo Mutti. Hallo Mutti. Tschüss Internet.